Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde X4 Foundations. Der Titel des Videos ist ein bisschen irreführend, dafür entschuldige ich mich schon mal, weil die Xenon sind nicht komplett besiegt. Sie haben zumindest in dem Gebiet, wo ich gewütet habe, kapituliert. Wer das Video schon gesehen hat, letzte Woche habe ich euch ja mal gezeigt, wie man einen Xenon-Sektor erobert. Da habe ich auch ganz schön lange dran kämpfen müssen. Wenn es nicht der Atmosphäre dienen würde, würde ich es abstellen. Aber gut, also letzte Woche habe ich den Xenon-Sektor Fehlerhafte Logik 1 erobert. Habe selbst mitgekämpft, was natürlich rein vom Spielfluss her ineffektiv ist. Aber es macht Spaß. Es hat Spaß gemacht und ich bin dann natürlich noch weitergegangen. Am nächsten Tag habe ich mir dann die restlichen Sektoren des Gebiets geholt. Fehlerhafte Logik 7, Atius Unglück 3 und Atius Unglück 1. Das war hier eine Sache. Die 3 hatte ich schneller eingenommen, als ich den hier manuell eingenommen habe. Out of Sektor, man spricht von OOS, ist das alles gar kein Problem mehr. Flottereien und alles zerlegen. Aber das macht ja nicht so Spaß, als wenn man selber kämpft. So, meine Erfahrungen bisher. Die Xenon bauen... Hören Sie kämpfen oder wollen etwas für die Sicherheit tun? Kaufen Sie sich eine Polizeilizenz und sorgen Sie für ein sicheres Universum. Erhältlich in jeder Handelsstation. Na, die haben wir doch bestimmt alle gekauft. Ja, also. Woher stehen Sie geblieben? Die Xenon bauen ihre Verteidigungsstationen wieder auf. Das ist mir eigentlich nur durch einen Bug aufgefallen. Das mache ich jetzt mal. Jetzt wird es bei mir gleich die Performance einbrechen. Zeige Aufträge. Das ist standardmäßig an. Und dann sieht man die NPC-Schiffe und ihre Ziele, die Fluglinien, wo sie langfliegen. Und nachdem ich den hier erobert hatte, also nicht so 20 Minuten später, sah ich hier plötzlich, dass NPC-Schiffe irgendwas hier irgendwo beliefern. Dann bin ich mal hin und habe gesehen, ho, die Xenon bauen schon wieder. Kaum wurden sie vernichtet, legen sie wieder los. Also die geben nicht so schnell auf. Das Ende vom Lied. Aktuell macht hier kein Xenon mehr was. Hier kommen ab und zu mal vereinzelt Jäger rein. 1P habe ich mal gesehen. Das sind ja nur schon wieder etliche Stunden her, seitdem ich alles erobert habe. Aber das sagt mir, dass das... Bitte beachten Sie unser reichhaltiges Angebot an Einkaufsmöglichkeiten und Freizeiteinrichtungen. Kommen und staunen Sie. So, jetzt müssen wir es doch mal ausmachen. Sonst sieht mir das hier doch ein bisschen... Stört ja nur. Im Fluss. Gut. Die, ähm... Ich habe alle vier eingenommen. Die versuchen auch... Die Xenon versuchen sich überall alles wiederzuholen. Also als ich in dem hier drinne war, haben sie da gebaut. Als ich hier drinne war, haben sie da und da gebaut. Und dann musste man immer hin und her oder man hat genug Flotten. Und solange ein Modul baut, kann es nicht zerstört werden. Das ist das einzige Problem. Also man muss die Zeit abwarten, bis das Modul oder die Module... Wenn sie genug Ressourcen haben, bauen sie gleich drei, vier, sieben, acht Module da dran. Damit das halt wieder so aussieht, wie es mal war. Ja, da muss man immer hinterher sein. Und wenn man alle, ähm... Erfolgreich erobert hat. Hier war halt noch die Schiffswerft und das Raumdock. Das war, oh, er ist auch total easy, alles zu zerlegen. Dann... Muss man die letzten Baustellen plätten. Und danach kommen die nicht mehr wieder. Die machen nichts mehr. Weil das scheint ein einzelnes Xenon-Gebiet zu sein, das autark für sich selber arbeitet. Also die anderen Gebiete... Oh, ruckel, ruckel, ruckel. Hier oben zum Beispiel, oder da, oder da unten grüne Schuppe. Die scheinen wirklich autark voneinander zu agieren. Bisher sind die anderen Xenon-Gebiete hier noch nicht eingefallen. Ich bin echt gespannt, ob das passieren wird. Sind, wie gesagt, etliche Stunden schon vorbei. Es ist sehr ruhig. Wie gesagt, hier ist ein roter Punkt. Ah, es kommt nichts mehr. Und ab und zu spawnt hier mal einen M. Das war's. Die machen aber auch wirklich gar nichts. Seltsamerweise. Die fliegen hier nur durch die Gegend. Ich dachte mir dann, hey... Ah, anders, was ganz wichtig ist. Die Baulager von den Xenon-Stationen, also so wie alle anderen Baulager auch, sind ja im Grunde unzerstörbar. Aber werden die mit Materialien beliefert, mit Baumaterialien, erscheinen am Baulager Container, die ihr zerschießen könnt. Ihr könnt also die gelieferten Baumaterialien zerschießen und die landen dann als Container ringsrum um das Baulager und ihr könnt sie einsammeln. Die Xenon brauchen ja nur Erz, Energiezellen und Silizium. Für alles, für Schiffbau, für Stationsbau, für alles. Da bin ich schon ein bisschen neidisch. Und ich habe einfach die Baulager immer wieder, die Container zerschossen und hätte mir theoretisch die Mats krallen können. Aber bei meinem Kontostand brauche ich das bisschen Erz und so nicht. Und die NPC-Schiffe haben geliefert und geliefert und geliefert und haben sich dann irgendwann festgehangen, weil ich im Sektor war. Also so könnt ihr die zum Beispiel auch ein bisschen ausbremsen oder auch bei anderen Fraktionen. So, das dazu. Das waren so meine Erfahrungen zu den Xenon. Man kann sie theoretisch, also zumindest ihre KI kann man auslöschen in einem Gebiet. Die bauen nicht weiter. NPC-Stationen bauen, äh, NPC-Fraktionen bauen auch nicht. Nicht, also bisher sind ja, weiß ich nicht, schon 100 Konstruktionsschiffe reingeflogen, so wie sie es immer tun. Auch wenn die Xenon sind. Warum, weiß niemand. Weiß wahrscheinlich nicht mal Egosoft. Die bauen auf jeden Fall nicht. Ist mein Sektor, ihr hört mir. Und die bezahlen auch keine Lizenzen und keine Steuern, also wird hier auch nicht gebaut. So, und ich dachte mir so, na wer weiß. Das X4 kann ja mitunter mal sehr plötzlich interessante Wendungen hervorbringen. Und nicht, dass hier plötzlich 10 Zerstörer reinspringen von den Xenon. Was jetzt nicht das Problem wäre. Aber wenn sie dann irgendwann mal diese Schwäche fixen, dass die mal wieder ein bisschen kampfstärker sind, dachte ich mir, na bereitest du dich mal vor. Ich habe mir gedacht, Pulslaser, Mk2, Lasertürme, Mk2, stelle ich mal 200 Stück ringsrum um das Sprungtor auf. Ja, die Idee war gut. Umsetzen. Ihr seht, wie viele ich gebaut habe. Danach hatte ich, ja, keine Lust mehr. Ein Eduld war am Ende. Das Problem, es ist verbuggt. Und egal, was für ein Schiff die Dinger tragen kann, wenn es die auswirft, es braucht ein S-Dock. Darüber starten die Lasertürme. Und die hängen sich, ja, ich sag mal, an der Gravitation des Schiffes fest. Also jedes Dritte, selbst wenn man in Bewegung ist. Und das lässt dann auch nicht mehr los. Und da kann ich wegboosten. Das Ding ist immer noch über der Andock-Bucht. Und dann habe ich es dann irgendwann aufgegeben. Habe mir gedacht, gut, wenn er das nicht wollt, dann baue ich jetzt eine richtige Verteidigung auf. Und das ist die, die ihr hier seht. Geplant war die eigentlich viel größer und, naja, heftiger. Bis ich dann festgestellt habe, meine Jüte, ich habe jetzt 800 Geschütztürme auf dem, was ihr hier seht. 800 Geschütztürme. Ja, nee, da brauche ich, glaube ich, nichts weiter. Das wird vollkommen reichen. Und da brauche ich auch nicht weiterbauen. Die Bauzeit, ja, Sintzer exzessiv nutzen, damit das Ding überhaupt mal fertig wird. Es sind eine Menge Verteidigungsbrücken gebaut. Für die Verteidigungsdrohnen bräuchte man mehr Dockbuchten. Die könnte man hier im Inneren hier so anbringen, damit mehr Verteidigungsdrohnen gleichzeitig starten können. Aber ich dachte mir, das reicht völlig aus. 800. Also das hat hier knappe 90 Millionen gekostet. Ich kaufe die Waren immer ein, damit die Wirtschaft doch was zu tun hat. Die X-Wirtschaft war auch eine ganze Weile, also bis zur Hälfte, konnten die Fraktionen liefern. Und danach waren Engpässe. Und dann ging es schon los, dann habe ich jetzt angefangen, mir selber gerade Schild- und Geschützturmkomponenten. Die waren dann sehr, sehr schnell alle im Universum. So kann man natürlich auch die Wirtschaft ankurbeln, ja. Ja, ich habe das Ding ein bisschen zu weit weggebaut vom Sprungtor. Dann habe ich überlegt, naja, wenn das Ding jetzt fertig ist, ich kann es ja umsetzen. Dann baut mein Konstruktionsschiff das ab. Baut es wieder auf. Und das dauert wahrscheinlich wieder 10 Stunden oder länger. Ich dachte mir so, nee, ich lasse das jetzt einfach mal so. Also, weil ich musste feststellen, große Verteidigung super, aber es ist eine Verteidigung. Es ist nicht offensiv. Also wenn die Xenon hier reinhopsen, interessiert das hier meine Station herzlich wenig. Die können hier, wenn jetzt 10 Zerstörer kommen und die wollen in den Nachbarsektor, dann macht die Station hier gar nichts. Die guckt nur zu. Die schickt mir nicht mal eine SMS, nicht mal eine WhatsApp, nichts. Ja, machen einfach gar nichts. Und da musste ich dann feststellen, ja, eigentlich bringt das gar nichts. Nur wenn sie dann wirklich mal angreifen. Ja, das sind so die Spielereien, die man machen kann, wenn man das nötige Geld hat. Hier war mal inner so mutig und greift gerade. Nee, der wollte nur vorbeifliegen. Also die greifen anscheinend wirklich an. Die schönen Schildformationen. Ja, das war so der Zwischenstand zu meinen Expansionsplänen. Ich wollte nicht weitermachen, weil wer weiß, was mit den Updates kommt. Die Xenon werden vielleicht doch noch ein bisschen flauschiger als jetzt. Weil aktuell sind, weiß ich nicht, Teddybären gefährlicher. Ich lasse die mal machen. Ich lasse die einfach mal machen. Vielleicht gibt es da noch bessere Schlachten später. Ernst auslöschen will ich sie nicht. Und wenn man sich hier anguckt, das ist definitiv das Hauptsystem. Weil so viele Verteidigungsstationen... Oh... Da würde mich schon reizen, da mal reinzufliegen. Aber machen wir nicht. Nein, die NPC-Fraktionen sollen ja auch noch was zu tun haben. Jo, das war's dann erstmal für dieses Video. Ich hab das jetzt mal so zwischendurch gemacht, weil ich hab aktuell so viele Ideen für neue Videos, dass ich das jetzt einfach mal dazwischen schieben musste, weil ich dachte mir, hey man, jetzt muss ich doch langsam mal einen Zwischenstand geben. Also, man kann ein einzelnes Gebiet der Xenon kann man wirklich bereinigen. Sie bauen dann nicht nach. Und es kommt auch keine Rache. Zumindest aktuell noch nicht. Aber alle Xenon sind nicht ausgelöscht. Sie haben noch nicht kapituliert, so wie der Titel sagt. Gut, dann hoffe ich, das hat euch einen kleinen Einblick gegeben. Vielleicht habt ihr jetzt auch Lust, mal bei den Xenon einzufallen. Aber kleiner Tipp, macht es selber. Spielt es selber, wenn die Performance das mitmacht. Es macht einfach nur Spaß. Und wenn ihr keine Lust auf Kämpfen habt, dann macht es halt über die Karte. Geht auch. Mit Sinza ist das ja relativ schnell erledigt. Nur halt ohne so viel Spaß. Gut, dann viel Spaß euch noch und bis zum nächsten Video. Euer Semira.